Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fernegesundheit. Ich bin Sabrina Holländer und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Der Winter hat uns voll im Griff. Es ist kalt, es liegt Schnee und bald kommen etwas wärmere Temperaturen. Da wird es wieder richtig matschig. Drinnen bullert die Heizung. Es ist warm, es ist trocken und jeder hat Probleme mit trockener Haut, trockenen Lippen, Augen, trockener Mund. Und genau da liegt das Problem. Nämlich gar nicht in der Kälte selber, sondern in der Trockenheit. Die Erkältung hat nämlich grundsätzlich gar nicht zwingend, was mit kalt sein zu tun. Also nur weil man mal barfuß durch den Schnee läuft und vielleicht kalte Füße bekommt, heißt das noch lange nicht, dass man sich deswegen auch erkältet hat. Also einen wissenschaftlichen Nachweis für einen direkten Zusammenhang gibt es nicht. Eine Erkältung kommt immer noch von Viren oder Bakterien. Aber die Zellen verlangsamen ihren Stoffwechsel durch Kälte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel draußen unterwegs sind und uns wird auch so richtig kalt in der Nase, dann sind dann eventuell Bakterien oder Viren, die da in der Nähe sind, naja, schon mal etwas leichter. Naja, haben die die Zelle angegriffen und schon kriegen wir eine Erkältung. Und drinnen macht es dann auch nicht viel besser, wenn wir drinnen bleiben, weil die trockene Heizungsluft trocknet die Schleimhäute halt aus und dann sind wir auch wieder anfälliger. Okay, so viel zu uns. Hat einem Pferd jetzt nicht so viel zu tun, weil Pferde in der Regel keine Heizungsluft zu riechen bekommen. Dennoch ist auch ein Pferd durchaus einmal erkältet. Das kann schon vorkommen. Bei Pferden ist das im Prinzip ähnlich mit der Kälte, nur sind die Pferde auch tatsächlich noch mal ein bisschen anfälliger, vor allem was die Atmungsorgane betrifft. Weil die Atmungsorgane beim Pferd einen ganz anderen Stellenwert haben als bei uns Menschen. Pferde sind Lauftiere und wenn du dich mal ein bisschen mit der Anatomie beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass Pferde eine wahnsinnig große Lunge haben, weil die auch unheimlich viel atmen müssen. Deswegen haben die auch so große Nasenlöcher. Viel größer im Verhältnis als wir jetzt zum Beispiel. Das Problem beim Pferd ist, dass die Erkrankungen der Atmungsorgane halt auch sehr schnell chronisch werden können. Das fällt uns Besitzern manchmal gar nicht so schnell auf. Erst wenn es dann wirklich eindeutig ist und naja, dann ist es halt in der Regel auch zu spät. Chronisch auffallen tut es uns in der Regel durch Leistungsabfall und naja, ein bisschen zur Unnutzbar beziehungsweise Unreitbarkeit. Die sogenannte Dampfrinde kann man dann auch oftmals schon erkennen, hinten am Rippenende, am Bauch. Naja, aber das ist halt der chronische Bereich. Wenn wir in den akuten Bereich gehen, das heißt wirklich da von einer Erkältung sprechen, wo es oft halt mit anfängt, dann haben wir auch hier die Ursachen bei den Viren und bei den Bakterien. Bei den Pferden ist es jetzt eher nicht die trockene Heizungsluft, aber bei mangelhafter Haltung und naja, zum Beispiel Ammoniak-Geruch, also so Schadgase, mangelhafte Raufutterqualität. Also wenn dein Pferd regelmäßig Futter bekommt, egal ob jetzt Stroh oder Heu und da sind zum Beispiel Pilzsporen drin, dann kann sich das auf die Atemorgane legen. Und auch nicht zu vergessen Parasiten. Also das müssen jetzt nicht immer Würmer aus dem Darm sein. Das können, Lungenwürmer gibt es, es gibt Blutwürmer und das kann alles zu Leistungsanfall natürlich führen, aber durchaus auch zu Husten. Also das ist nicht so außergewöhnlich. Dann kommt auch hinzu, dass es nicht immer eine Erkältung ist und auch nicht immer unbedingt chronisch ist. Es kann auch eine Allergie sein. Da muss man dann wirklich nochmal genauer hinschauen, worauf das Pferd denn allergisch ist. Oftmals reagieren die irgendwann allergisch auf Staub. Jetzt schieben wir das Wort nicht ein. Manchmal. Genau, die reagieren oft allergisch auf Staub. Vor allem, wenn natürlich oftmals auch Staub in der Umgebung ist und die Pferde auch vielleicht in einer staubigen Halle regelmäßig bewegt werden, weil klar, bei der Bewegung atmen die ja nochmal viel, viel tiefer. Das heißt, auch die Staubpartikelchen kommen nochmal ein Stückchen tiefer in Bräunchen und eventuell auch Lunge. Und ja, dann wird das Ganze dann eventuell allergisch. Die Erkältung. Wie erkennt man eine Erkältung beim Pferd? Also, das ist nicht immer so einfach. Es sind oftmals so unspezifische Symptome wie das Pferd ist matt und lustlos. Es hat vielleicht müde Augen oder verringerten Appetit. Manchmal auch Fieber. Ja, ja. Und tatsächlich ab und zu auch husten. Bisschen zur Atemnung natürlich. Das Problem bei diesem Husten ist, dass es oft nicht unbedingt so auffällt. Ja. Pferde haben nicht so wie wir einen richtigen Hustenanfall oder zumindest jetzt ist das nicht die Regel. Mal davon abgesehen, bevor wir auch wirklich anfangen zu husten, sind wir ja schon verschleimt oder uns sitzen die Bronchien zu. Wir merken das dann. Und man hört das vielleicht auch bei uns Menschen, wenn wir ein bisschen durch die Nase sprechen. Das Phänomen kennen wir ja bei Pferden überhaupt gar nicht. Das heißt, hier muss man tatsächlich sehr, sehr sensibel hingucken. Und wenn das Pferd einmal gehustet hat, spätestens beim zweiten Mal, heißt das, man sollte einen Tiertherapeuten mit hinzurufen, der das Pferd mal abhört. Weil mit dem Stethoskop kann man dann natürlich schon wieder viel, viel mehr erkennen. Oftmals ist es auch tatsächlich so, dass Pferde ein bisschen matt sind. Fällt uns vielleicht nicht ganz so auf, weil wir vielleicht selber nicht so, keine Ahnung, gerade nicht so super Lust haben. Oder es ist uns zu kalt zum Reiten. Oder es ist kalt und die Pferde sind halt doch nicht so matt, weil die schon wieder vor Kälte anfangen rumzuspringen. Das kann natürlich alles sein. Das muss man wieder ein bisschen mitbedenken. Aber sollte das Pferd beim Warmreiten husten, einmal, zweimal oder sogar dreimal, dann ist das schon ein sehr eindeutiges Zeiten für, ein Zeichen für ein Problem. Eine akute Erkältung kann man auch nochmal an den Schleimhäuten erkennen. Die sind auch immer mit anzuschauen. Wobei das auch schon mal ein bisschen undeutlich sein kann. Manchmal sind die blass beim Pferd, wenn jetzt zum Beispiel auch der Kreislauf ein bisschen runterfährt. Wenn die aber gerötet sind und das Pferd zum Beispiel ein bisschen Fieber hat, das kann auch nur leicht erhöhte Temperatur sein, dann sind die Schleimhäute eventuell ein bisschen gerötet. Also da darf man ruhig mal ein bisschen genauer hingucken. Mach ruhig hin und wieder den Kurzcheckup, den ich dir mal gegeben habe. Und ja, das kann dir auf jeden Fall helfen, das dann wirklich auch mal zu beurteilen, wie sieht es im Normalfall aus und wie sieht es im Krankheitsfall aus. Tatsächlich lese ich hin und wieder mal, ich muss manchmal echt ein bisschen mit dem Kopf schütteln, dass man den Pferden bei einer akuten Erkältung Vitamin C geben soll. Das ist eigentlich totaler Quatsch, da Vitamin C, das ist die Ascorbinsäure und die meisten Säugetiere, also ziemlich viele Säugetiere außer der Mensch und der Affe und ich glaube auch das Meerschweinchen nicht, die können Ascorbinsäure im Körper selber herstellen. Also da ist die Natur ziemlich schlau. Vitamin C ist eins der wichtigsten Vitamine und auch der vielseitigsten Vitamine sind an den allermeisten Stoffwechselprozessen mit daran beteiligt, aber das Pferd kann die in der Regel selber herstellen. Die einzigen Ausnahmen sind hier so ein bisschen, wenn das Pferd schon was älter ist, dann kann genau diese Synthese etwas nachlassen, etwas schwächeln oder wenn die Pferde auch wirklich krank und wirklich geschwächt sind. Wobei das nicht wirklich bewiesen ist, das vermutet man. Dann wäre es sinnvoll, Vitamin C zuzufüttern in Form zum Beispiel von Hagebutten. Das fressen die Pferde tatsächlich relativ gerne. Das kann man auch getrocknet und gemahlen mit ins Futter reinmischen. Das Optimalste bei einer Erkältung oder generell bei einem Luftproblem, ich muss es immer erwähnen, weil es dann doch wieder so oft dort auch Missverständnisse gibt. Also vorbeugen oder auch natürlich bei einer akuten und natürlich erst recht bei einer chronischen Erkältungskrankheit, also eigentlich immer, braucht ein Pferd eine optimierte Haltung. Also damit meine ich jetzt nicht, dass das Pferd den ganzen Tag draußen auf dem Paddock stehen muss. Wenn du mit deinem Pferd in einem Pensionsstall bist und dort Boxenhaltung herrscht, ist das kein super riesengroßes Drama. Also da muss man dann irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen. Schau aber, dass dein Pferd genug Platz hat. Zum Beispiel, dass es nicht gezwungen ist, auf sein Essen zu pinkeln. Das sieht man immer mal wieder. Deswegen, dann können die Pferde nämlich auch tatsächlich mit der Nase woanders hingehen und riechen dieses Ammoniak nicht immer so, was halt wieder die Schleimhäute angreift und der Kreislauf nimmt seinen Lauf. Und frische Luft. Also kein Durchzug, aber frische Luft sollte gegeben werden. Was man jetzt so machen kann bei Erkältung, ich bin da ja immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja, auf der einen Seite bin ich der Typ, der sagt, hey, ich gebe dir gerne Tipps, probiere es aus. Aber gerade beim Thema Husten, ich muss mal eben husten, Moment. Gerade beim Thema Husten ist das tatsächlich eine sehr heikle Angelegenheit, weil es eben so schnell chronisch ist und weil ein, zweimal Husten oftmals von den Pferdebesitzern unterschätzt wird. Also bitte, merkst du, ich versuche dich hier zu sensibilisieren. Ätherische Öle sind hier immer vorne mit dabei, zum Beispiel Eukalyptus oder Fenchel oder auch Thymianöl. Die werden sehr, sehr gerne auch genommen von Pferden. Oder verschiedene Kräuter, zum Teil die gleichen wie auch bei den ätherischen Ölen. Die kann man zumindest mal probieren. Da gehört das Eibisch zu, Fenchel, Huflattig, Spitzwegerich, Thymian, Süßholz auch immer nicht zu vergessen, wird von den Pferden oftmals auch sehr, sehr gerne genommen. Aber sollte dein Pferd mehr als einmal husten und das auch über einen längeren Zeitraum, also auch wenn du jetzt, weil du hast vor zwei Wochen mal was gehört und heute wieder, dann wird das wahrscheinlich ein und dieselbe Erkältung gewesen sein und in der Zwischenzeit hat es einfach nur keiner mitgekriegt oder es hat dir keiner Bescheid gesagt. Das Pferd hat sicherlich zwischendurch auch noch das ein oder andere Mal gehustet. Bitte zieh einen Therapeuten hinzu. In der Regel ist hier der Tierarzt der erste Ansprechpartner. Die haben nochmal ganz andere Mittel, klar in der Schulmedizin. Die müssen dann entscheiden, zum Beispiel soll es ein Schleimlöser sein, soll es eher ein Hustenstiller sein. Wie schlimm ist es? Ist es chronisch? Wo befindet sich der Schleim? In der Luftröhre oder tatsächlich schon irgendwie weiter unten und dann kann er auch wirklich abhören, ob sich die Lunge vergrößert hat, sprich, ob es chronisch ist und und und. Also da gibt es so viele Einzelheiten, die als ferne Besitzer eigentlich nicht so einfach zu überschauen ist. Für einen Tierheilpraktiker tatsächlich auch hin und wieder schon mal schwierig, zumindest weil es da nicht immer so unbedingt dann die wirksamsten Medikamente gibt. Da es tatsächlich auch ein sehr heikler Fall ist. Sollte es chronisch sein, sollte es eine Allergie sein oder sollte die akute Phase überstanden sein und man möchte nochmal so ein bisschen für hinterher was geben. Da sind dann diese Kräuter und ätherischen Öle auch ganz, ganz vorne mit dabei und dann auch die Mittel der Wahl, weil Schulmedizin oder die schulmedizinischen Medikamente auch immer Nebenwirkungen mitbringen. So, jetzt wünsche ich dir erstmal, dass du gesund bleibst, dass dein Pferd gesund bleibt. Tut was für euer Immunsystem. Schaut, dass es ausbalanciert ist. Es gibt immer wieder die Fälle, wo gleichzeitig eine Allergie und gleichzeitig eine Infektanfälligkeit da ist. Ruf mich gerne an oder schreibt mir eine Nachricht. Ich bin Fachberatung für Immunregulation und kann dir hier vielleicht den ein oder anderen Tipp geben. Also, ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis dahin. Tschüss.